Webex bietet zahlreiche Möglichkeiten, einem Meeting beizutreten. Dabei empfehlen wir grundsätzlich, an Meetings über die Webex-App teilzunehmen. Haben Sie die Meeting-Kennnummer eines Meetings, können Sie diese einfach in das Suchfeld der Webex-App eingeben und über diese Schaltfläche beitreten. Die gleiche Option finden Sie unter Meetings, einem Meeting beitreten. Genauso gut können Sie den Meeting-Link eines Meetings im Browser Ihrer Wahl öffnen. Sie werden nun gefragt, ob Sie das Meeting in der Webex-App öffnen wollen. Bestätigen Sie dies und das Meeting öffnet sich automatisch in der Webex-App, sofern Sie diese installiert haben. Es besteht außerdem die Option, einem Meeting über den Browser beizutreten. Dies kann zum Beispiel für Studierende interessant sein, die keinen Webex-Account haben oder die Webex-App nicht installieren können. Auch dazu kann der Meeting-Link geöffnet werden. Anstatt das Öffnen in der App zu bestätigen, kann hier auf Abbrechen geklickt werden. Sie finden nun hier die Option, über den Browser beitreten. Dazu zwei Hinweise. Diese Option hier erscheint teilweise erst nach einer kurzen Ladezeit bzw. nachdem das Öffnen der App abgebrochen wurde. Außerdem haben Sie möglicherweise irgendwann mal im soeben geschlossenen Dialogfenster das Häkchen gesetzt, dass die Webex-App immer automatisch geöffnet werden soll. Sie werden an dieser Stelle also gegebenenfalls nicht mehr gefragt bzw. können das Öffnen der App nicht mehr abbrechen. Wollen Sie nun aber über den Browser teilnehmen, müssen Sie dann in Ihren jeweiligen Browsereinstellungen das automatische Öffnen der App deaktivieren. Bevor Sie einem Meeting beitreten, erscheint sowohl über die App als auch über den Browser noch dieses Fenster. Hier können Sie Ihr Mikrofon stumm schalten, Audiooptionen wählen, Ihre Kamera deaktivieren oder Videoeinstellungen vornehmen, bevor Sie endgültig beitreten. Zu guter Letzt, sollten beispielsweise Studierende eine schlechte Internetverbindung haben, können diese sich zur Not auch per Telefon über die Telefonnummer eines Meetings einwählen. Die Telefonnummer ist den Beitrittsinformationen eines Meetings zu entnehmen.